BR 2017 Royal Eintracht BR 2018 BR 2017 BR 2017 BR 2018 Wohnenkaffee Boras Endlich. Wohnenkaffee Das gehört ein bisschen im großen Grill! Probier mal! – Mein Gott, das schmeckt ja wie friert! Oh Mann, ich kann es ja nicht immer so sein. Und noch mal einer kommen. Von ihm geht die Welt zugrunde. Guck doch mal, wie der sich mockiert. Gar nicht drauf achten, der guckt von selber weg. Kinder, Kinder, beeilt euch. Der Zug fährt gleich ab. Oh Mann, das ist ein Bruch. Zahle, 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 Zahle. So geht das ja nun nicht. Haben Sie denn gar kein Kleingeld? Nein, da wo wir herkommen, da gibt es kein Kleingeld. Tut uns wirklich leid. Sie können uns auf den Kopf und auf die Beine stellen. Wir haben hier nur einen Zehn-Markschein bei uns. Sie wollen mich heute zum Hampelma machen. Ich rufe die Bombelezei. Oh, wenn Sie wüssten, wo wir herkommen, da würden Sie sich anders benehmen. Wo bekommen Sie denn her? Das werden wir Ihnen gerade noch erzählen. Wie ist es nun, was ich möchte? Lassen Sie die dann mal gehen. Ich übernehme das. Das ist aber reizend. Vielen Dank. Dankeschön. So was reizendes. Dankeschön. Dankeschön. Das ist aber nett. Das vergesse ich Ihnen nie. Dankeschön. Und so kam ich Freitag, den 15. Juni 1954 nach Hamburg. Mein liebes, gutes Hamburg. Mein liebes, gutes Hamburg. Mir wurde ganz anders. Auf dem Hauptbahnhof dachte ich, na, ob dich hier wohl einer abholt? Das war's.